Das Finale bei den Senioren, geht dem traurigen Ende entgegen. Fünfter Satz, Entscheidungssatz hier, Jürgen Vietz kommt nochmal heran. Sehr drückreicher, schneller Aufschlag. Und er ist beim neuen Beige. Und jetzt würde man sich halt einen Unentschieden wünschen, aber das gibt es nicht im Tüchternis. Die besseren Nerven oder schlicht und einfach nur das Glück. Ein schöner Netzroller. Ja, den schweren Ball hat wenigstens den vermeintlich leichten Listerhunden durch den Schlägerinnen. Matchball für die TTC Kreuzern. Und stark war sogar die, die diese wirklich bösen Robben alles noch auf den Tisch bringt. Aber es kommt auch alles wieder zurück. Und da kommt dann richtig Freude auf, wenn man so ein Spiel im fünften Satz zu neun verloren hat. Ohne dass man sich was vorwerfen muss. The ugly side of table tennis. Gehört dazu. Dankeschön. Dankeschön.